Eine feuchte Höhle steige? Wofür? Fürs. Ist das auch sicher? Höchstens drei Personen hieß es. Das wiegt schon einer von uns. Meine Rüstung ist nur so schwer. Uff. Die Akademie fand den Trine und die übrigen Artefakte in Zwergenruinen. Die Zwerge befassten sich mit allerlei Seltsamkeiten. Sie veredelten auch Gold und Platin und bauten Edelsteine. Und ihr Bier ist legendär. Schweiner. Schweiner. Oh, Gott. Gehen wir wieder zurück zum Aufzug? Gehen wir wieder zurück. 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 Gehen wir wieder zurück.